Liebe Freunde, ja, also ich habe ein neues Format gemacht und das möchte ich eigentlich jede Woche bringen, ja, das Wort aufs Wochenende, ich finde es, ja, da kommt ja schon mal an Donnerstag gute Stimmen auf, bei vielen, die sagen, ja, da machen wir schon Freitag noch eine Schicht und dann freue ich mich auf das schöne Wochenende, ja, und so soll es auch sein, das ist so ein guter Laneversprüher, mein Kanal, meine Clips, ja, und dann können ja viele sich freuen, ja, Donnerstag, das Wort aufs Wochenende, paar aktuelle Sachen mitnehmen, was gerade anliegt, noch eine Schicht, dann kommt Wochenende und selbst die, die dann leider am Wochenende arbeiten müssen, die nehmen wenigstens den, den Süße mit, ja, ein bisschen Aktuelles, ja, das sagt, okay, auch wenn jetzt am Wochenende arbeiten muss, leider, aber Donnerstag gibt es wohl mit und ich mich nicht darauf freuen kann, ja, und, ja, und die anderen halt dann, und es gibt auch viele, die kriegen da immer ein süßes Wochenende und dann können sie sagen, ja, ja, noch acht Stunden und dann Wochenende, ja, also, ja, mal schauen, was gerade aktuell gerade so in der Gegend rum ist, YouTube-mäßig, was ich morgen berichten kann, also, morgen kommt, der, äh, kommt, äh, äh, das Wort aufs Wochenende, da freue ich mich schon, ihr könnt euch freuen und da freuen wir uns alle und das ist so, der soll sein, liebe Freunde, ja.